Ich würde schon mal probieren, wie das auf hart ist, bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde mit Innsmouth anfangen, weil ich finde, Innsmouth war die leichteste. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, oder? Nö, ich finde Innsmouth auch wirklich die leichteste. Kreaturen, ah, die Kreaturen sind schneller und sind aggressiver und es ist weniger Zeit zwischen den Wellen. Aber jetzt schon wenig Zeit. Fand ich auch. Ihr zieht es mal so ungefähr zwei Minuten. Ich habe Angst vor der Insel, Madman. Oh Gott, ja. Lebensmittelmann? Hallo. Hallöchen. Hast du auch Lebensmittelmann gelesen gerade? Nein. Gut. Rechts von uns ist die erste Kugel. Kann man die eigentlich jetzt schon holen? Ne, leider nicht. Da brauchen wir die Zustimmung der, ähm, der Leute. Ich gehe das Buch holen. Achso. Äh, ich gehe schon mal eine Seite holen. Viel Erfolg. Seite. Viel schon. Shit. Äh, wo ist das Papier, oder? Äh, wo ist das Papier, oder? Äh, wo ist das Papier, oder? Wolfi! Ich glaube, er ist tot. Ne, er lebt. Er bewegt sich. Okay, hier ist ein Kopf. Hier ist eine Seite. Hübsch. Ja, ich höre dich. Wieder da. Hi. Dankeschön. Wir dürfen uns nicht allzu weit... Achtung, hinter dir. Was an? Oh, hey, Bonnie. Wir sind schneller. Oh mein Gott, ist sehr schnell. Ja, ich habe es nicht. Was versteckt dich im Haus? Habe ich. Äh, der hat mich gerade. Ein Kieker. Achso, ich habe es noch eine Runde. Versteckt dich? Äh, ich glaube, die hinterher. Müsste gleich wieder soweit sein. Verschick mich kurz hier drin. Ja, mach das. Ja. Meine, wir sind hier aggressiv. Ich hoffe, Wolfi lebt noch. Lebst du noch, Wolfi? Mir geht alles... Mir geht's gut. Und dir? Sehr gut. Ich habe eine von den Figur... Von den, ähm, Figurteilen. So genau höre ich dich nicht. Du bist ein bisschen weit weg. Ich habe eine von den Figurteilen. Yay, ich habe noch eine Seite. Look, it is, Krav. Dankeschön. Das ist echt kurz, diesmal. Ja, da vorne ist ein Monster. Weißt du, ist... Hat, äh... Das ist auch eine Seite. Hier ist ein Stück der Figur. Hier oben. Ja. Aber wenn wir gerade verfolgt werden von, äh, Toro... Ich dachte, du hast die... Ich habe... Ich habe die Zeit genutzt, als ich ihn abgelenkt habe. Nein. Dann mach das jetzt in dem... Oh, er ist unten. El Toro ist unten. Er ist unter dir. Vorsichtig. Ist doch gleich wieder soweit. Okay. Wie vor uns. Taverne. Ja. Bin drin. Sehr gut. Wir haben, ähm... Hast du dir das Teil geholt? Nee. Nein, konnte ich nicht. Keine, keine Ding. Ähm... Du einen wusste ich nicht, wo genau. Ach so. Ähm... Und zwar, wenn du hier hoch... Wenn du da lang gehst, kommt doch direkt ein Weg nach oben. Ähm... Wo meistens auch eine Seite liegt. Ich wette, wir müssen... Äh... Einer muss das Viech ablenken, der andere kann das Ding holen. Wir gehen... Äh... Wir gehen zurück. Okay. Und... Äh... Legen... Legen das Ding ab. Haben wir schon genügend Seiten? Ja, haben wir. Also wir machen jetzt erst die Statue, oder was? Ja, erst die Statue, dann... Weil wir müssen dann... Da hinten müssen wir nie wieder hin. Lass uns jetzt das Teil holen. Dann brauchen wir da nie wieder hin. Gut, dann... Warte. Seelen weg. Meine Güte. Und zwar, wenn du da gerade aus jetzt direkt, äh... Hoch. Direkt hier den Weg hoch. Und dann ist, äh... Links natürlich. Aber der Wolfi weiß, dass ich eine Links-Rechts-Fäche habe. Ich glaube... Sehr gut. Haben wir irgendwie eine Art Ausdauer? Kann das sein? Ja. Du hörst dann irgendwann... Fängt dann irgendwann an, Puls zu haben und sowas. Ja. Du platzieren. Wahrscheinlich wieder, äh... Oben. Ja. Ich denke auch hier. Ich guck mal hier. Hier ist nur eine Seite. Ja. Ich hab's. Hier ist nur eine Seite. Gut. Gehst du... Achtung. Versteck dich. Bist du versteckt? Bin ich. Ja. Ich auch. Bist du wieder über mir? Nee. Ich bin in dem anderen Haus. Hast du ein Wiederbelebungs-Opfer gefunden? Ähm... Ja. Eins bisher. Am... Richtung Strand. Wenn du auf den Strand guckst, eher in Richtung rechts. In einem Häuschen. Hm. Gut. Wieso bist du tot? Nö. Aber kann ja sein, dass das dann eine der Schwierigkeiten ist. Sind die weg? Äh... Achtung. Hier unten ist gleich ein... Tentakelbirt. Aber sind die weg? Ja. Ja. Tentakelbirt lebt noch. Okay. Ja. Das ist Tentakelbirt. Wollen wir nicht mal das Teil zurückkriegt? Ja. Oh. Hinter dir vorsichtig. Bist du tot? Nein. Ich lauf. Gut. Ich geh retten, Gürs. Er mag mich nicht. Sehr gut. Der läuft biert leer. Sehr gut. Nicht gut. Das ist jetzt schlecht. Äh... Ich seh was. Ich seh was. Ich seh was. Äh... Ich geh... Hier rein. Oh. Lebst du? Mami, 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 Mami. Lebst du noch? Sehr gut. Äh... So stückchenweise. Ich hab noch zwei Buchseiten. Ne. Noch sieben Buchseiten. Dann gucken wir mal nach Buch. Index Buch. Äh... Da unten ist... Äh... Loadhead. Fuck. Der ist schnell. Äh... Kirche. Hier oben Kirche. Jo. Ähm... Mit drin. Sehr gut. Seite. Sehr gut. Und hier ist auch ein Toten... Hier ist auch eine... Äh... 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 Gleiche. Falls du brauchst. Meine ich ja. So, falls ich brauche. Falls ich mal sterben sollte. Ja, es klingt eher so wie... Ne, dann bräuchte ich's ja. Dann bleibt man in der Nähe von... Wir brauchen 25 Seiten, oder? Ja. Wie viel haben wir? 18? Hey. Man sieht's leider nirgendwo. War's das jetzt schon? Ja. Ja, hier ist Loadhead. Sehr schön. Und wieder? Na ja, das war's. Oh ja, Wolf ist tot. Ach, Kacke. Hm. Mach ich denn das jetzt? Hi, du. Hi. Na? Na? Wie ist mein Kopf so? Hübsch. Wo waren die Statue? Äh, in einem... Ich glaub, links oder rechts neben dir. Hinter dir, hinter dir. In einem der Häuser. Hinter dir. Oh mein Gott. Ja. Vorsicht, die sind schnell. Also in diesem Haus ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Äh, das Steinhaus. Wenn du jetzt so von hier aus gesehen nach rechts läufst. Also Tür raus rechts. Ja. Ach so, diese zwei Türen nebeneinander. Ja. Und ich glaub... Da in der rechten? Ich glaub... Ja, ich glaub in dem rechten. Okay. Jupp. Aber hier ist auf jeden Fall nochmal ne Seite. Oh, ist auch gut. Oben ist keins. Ich will nicht... Ich will nicht die Kirche verwenden, weil die haben wir jetzt halt schon, weißt du? Ja. Du hast direkt vor der Tür, okay. Es ist schön zu sehen, wo die sind, wenn man einfach bloß mit dem... Ja, mit dem Wahnsinn spielt. Dort ist nach rechts weg. Du bist genau in die falsche Eingang. Nee. Links. Hinter mir ist einer. Nochmal links. Nee, hinter mir ist einer. Ja. Jetzt rechts. Hey du. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ähm. Ach so. Hast du deine Kugel noch? Jetzt time to... Was? Du hast die Kugel noch, ne? Ich? Nein. Doch, du hältst die Hand noch. So, als hättest du die Kugel. Die Kugel ist eigentlich bei meiner Leiche, aber wahrscheinlich hab ich die Kugel noch. Jetzt hab ich schon wieder vergessen zu gucken, wie viele Seiten wir haben. 21. Oh no. Die fliehen. Okay. Ich geh mal zum Tor. Da ist noch die Kugel. Da liegen zwei Kugeln. Sehr gut. Ich komm die... Äh, wir können gleich in die Tabern. Offen. Okay. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Offen, 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 offen. Mach bitte mit so, mach bitte mit so. Jetzt. Und muss ich bloß wirklich absprechen. Ja. Hast du... Ja, die Seiten hier hast du auch schon. Aber angeblich ist ja irgendeine Nähe eine Seite. Oder? Nee. Ich kann das noch nicht so wirklich lesen, wie das... Was das bedeutet mit dem Leuchten und so. Wollen wir nochmal nach, äh, Richtung Leuchtturm gehen und dort gucken? Im Wasser meinst du? Nee, hier, ähm... Ach, äh... Links von hier aus gesehen. Da, wo die... Wo das eine Teil lag. Können gucken. Ich würde sagen, die sind irgendwo noch in der Stadt. Da gibt's ja noch diese ganzen... Also, da sind da die ganzen höheren Ebenen und irgendwelchen Säulen oder irgendwie sowas. Die werden richtig gemein versteckt sein, die drei. Hoffen wir mal nicht. Die laufen wieder alle weg. Okay. Hier nicht. Hier auch nix. Hier ist mein... Hier ist mein... Hier ist mein... Hier ist mein... Tentakel-Bert ist hinter dir? Ich bin tot. Richtig tot? Ja. Kannst du alles von dir aus einsehen? Nur, ich bin hochgelaufen auf diese Kante. Tentakel-Bert ist gerade runter gegangen. Mehr sehe ich nicht. Woll ich kurz den Cycle abwarten, oder? Mach ruhig ja zur Not. Und dann Taverne. Okay. Ja, das war dumm. Ich hätte mich nicht versuchen sollen, um auf das Haus zu retten. Das war mein Fehler. Es ist halt zu unsicher gewesen. Weißt du was witzig? Weißt du was witzig ist? Warte, warte, warte! Was denn? Im Ladebildschirm ist die Hand von dem Typen animiert. Aber nur die Hand. Okay. Äh, beide Kugeln sind hier. Links. Siehst du das? Das ist die eine. Und da hinten ist noch eine. Ganz ganz hinten am Rand. Oh. Cool. Jo. Die Jagd beginnt. Ich nehm das Buch wieder. Äh, wie von mir aus? Seite. Wie ich das Buch finde. Äh, das Buch ist wieder bei der Statue. Hi. Oh Gott. Äh. 3, 2, 1. Tschüss. Ah. Ich lebe noch. Ein Tag im Bett hinter dir. Direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Ich hab, ich hab gehört. Äh, Taverne. 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 Hallo, mein liebster Saufschlupfwinkel. Äh, da? Ja. Wir haben genügend, ähm, Baut, Busseiten. Wir können an die, ähm, Statue gehen. Mhm. Guck mal hier auf die, ne, hier ist nichts mehr. Ne, war ich schon drinne. Äh, durchrennen? Ja. Ja. Oh Gott. Tentakelmon. Ja, ja. Benthorn vorbei. Lebst du noch? Ja. Äh. Der ist freundlich. Gut. Verstecken. Das dauert einen Moment. Die muss jetzt mal... Ähm. Da ist auch noch Dings dabei. Lauf, lauf, lauf. Ja, deswegen. Lauf, lauf, lauf. Also Bloathead, äh, Kirche? Ich geh hier in das Haus. Boah. Ach. Jetzt bist du schon wieder fast eingesperrt. Und du hast hier etwas übersehen. Ich wusste, dass du hinter mir bist. Wie hinter dir? Äh, machen wir doch gleich mal. Vorsicht, dass irgendwo den Tag wert. Hier ist offen, geht es bei. Äh, Titter gebärt. Oh mein Gott. Was denn? Hinter mir. Äh, ja, passt schon. Du, 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 du. Haben wir hier schon alles abgesucht? Nein. Gut. Dann suchen wir doch weiter ab. Lalalala. Hi, ho, ho. Hey, ho. Äh, hinter dir ist Tentacke, äh, Bloatkopf. Dankeschön. Was? Das, das hätte ich nicht gesehen. Ich hätte ihn nicht gesehen. Ja, fast. Deswegen, dankeschön. Wir haben 17 Seiten. Ein Leitergrad. Ich glaube, vor meiner Dings steht was. Na, bei mir ist Tentakelbett immer noch bei mir. Ne, wir sind relativ nahe. Ne, sonst würdest du mich ja nicht hören. Öffnen. Vorsicht, Tentakelbett ist da um die Ecke. Ne. Ne. Bitte ne. Wieso kommst du zu mir? Warum nicht? Irgendwo muss ich ja hin. Irgendwas ist sicher. Oder soll ich da in meinem kleinen Kämmerlein verrotten? Ah, mh, jetzt wird's richtig lecker. Was denn? Ich dachte, die Tentakelbett ist richtig lecker. Jetzt kriegt man Kurkuma irgendwas, irgendwas saft. Prost. Ah. Die merkt man nicht, die Mango. Kurkuma ist dominant. Soll ich mal die Tür aufmachen? Gute Idee. Über die gute Idee. Ach nein, das kannst du ja bloß du, weil du die Tür zugemacht hast. Ah, da bin ich froh drüber. Mh. Lalalalalala. Nur schnell schlucken, damit man nicht schmeckt. Setz was schießt. Ne, äh, sagt nicht nur sie. Okay, sind die fertig hier draußen, die Freunde? Ja, mach mal auf. Waren wir in dem Haus hier schon drin? Nein, hier ist auch noch die letzte Figur. Ich geh nach oben. Auf dem Tisch liegt die. Und hier ist ein Kopf. Äh, also ein Körper. Für den Kopf. Gut. Dann, ich geh zur Statue. Mach das. Hier ist noch ne Seite. Neh mit. Ich hab nen Freund hinter mir. Komm. Ajo. 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 Okay, das passt perfekt. So, das heißt, als nächstes holen wir die Big Balls. Genau, die sind doch gleich um die Ecke. Auf der linken Seite. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich weiß, wo auf der linken Seite auch noch ein Safe-House ist. Oh, sehr gut. Äh, ganz am Rand, äh, man denkt nicht, dass es ein Safe-House ist. Was ist das hier für ein Haus? Gutes. Ne. Hey. 700 warm. Wetter, komm mal mit. Oh Gott, die Tagebärd. Das ist hier grad die Zoo, wo ich jetzt, da wo ich jetzt drauf zu laute. Ja. Ja. What? Schnell, 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 Cutter. Tür zu. Huh. Das war aber schnell wieder. Wolf, wie lebst du? Oh, hey, die Tagebärd. Das war, glaub ich, auch dieses, dieses Klingeln und sowas war auch, glaub ich, nen, ähm, nen Element aus dem, aus dem Buch Schatten über ins Mouth. Glaub ich zumindestens. Dass da auch immer wieder Glocken waren, wo dann die, Dorfbewohner ausgeflippt sind. Oh, hey. Oh, hey. Gott, sind die grad, grade aggressiv. Wolf, wie lebst du? Ja, ich lebe. Und ich hab eine Seite und ich hab ein, ähm, Bällchen. Sehr gut, ich hab auch ein Bällchen. Alter, warum sagst du nicht, dass du, äh, nen Tackelbärd an deinem Arsch hast? Ich hab übrigens nen Tackelbärd an meinem Arsch. An oder im? Hm. Er steht, glaub ich, direkt vor meiner Tür. Der kommt grad auf mich zu. Sehr gut. Ah, fuck. Jetzt sind sowieso Freunde draußen. Weiß ich. Die Luft ist rein. Jetzt sind Tag über das hinter dir. Nah hinter mir oder weit hinter mir? Weit, weit weg. Gut. Wir waren noch nicht in der Kirche, oder? Nein. Kirche. Mal kurz reingucken gehen? Guck mal kurz rein, ja. Ja. Eine noch. Fuck. Tentakelbärd. 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 Äh. Gesehen. Hast du ne Seite? Nö. Shit. Shit. Eine fehlt noch, die ist irgendwo hier in der Nähe. Ich würde sagen, wenn wir hier rausgehen, ähm, nach rechts, äh, da in den Häusern. Äh, dein rechts oder mein rechts? Wenn wir hier rausgehen, das richtige rechts. Gut. Runder zum Strand, in die Ecke. War unten in dem, in dem, äh, in dem Tempel was? Nö. Okay. Und wir brauchen 25, ne? Ja. Okay, scheiße. Tentakelbärd ist nach da unten gegangen. Dann gehen wir einfach nach links und gucken, äh, gehen in eine große Kurve. Ich bin kein Freund von großen Kurven. Äh. Gegenfrage, was haben wir für andere Option? So. Brennen. Ne, Cora, jetzt grad nicht. Ja, hier ist die letzte Seite. Ab. Hier ist, äh, Kirche. Ja, Kirche Safe Space. Kirche Safe Space. Hallo Tim. Das dürfte gleich wieder klingeln. Übrigens, ich glaube, das hab ich eben gerade schon gesagt, ähm, das hast du auch vermutlich nicht gehört, weil der Zwölfer Driftplatz. Ich glaube, in Schatten über Innsmouth, dem Buch, oder der Kurzgeschichte, war, glaube ich, auch immer irgendwie sowas, dass die, ähm, zu bestimmten, dass sie, dass sie geläutet haben und nachts dann rausgerannt sind und alles getötet haben, die Fischmenschen. Echt wie, echt wie, echt wie. Echt wie, echt wie. Ja, ich hab zu, ich hab zu wenig den Kram gelesen und mir gemerkt, das ist das Problem. Wieso klingelt das jetzt gerade nicht? Weißt du, eben alle zwei Sekunden? Mach mal auf, dann geh ich raus. Wie liegt's wirklich darin? Hier ist nichts, da ist nichts. Komm, äh. Okay. Vielleicht, weil du das Buch komplett hast. Das wär natürlich richtig Töfte, äh. Wo ich eigentlich dann denken würde, dass das, äh, dass die uns das Recht angreifen würde. Ja. Ja, Hallöchen, Süße, ne? Sehr gut. Was? Aber kein Collectible gefunden, ne? Was? Gibt's hier auch gar keine mehr? Was? Aber Lebensmittelmann-Mission abgeschlossen. Yay, Lebensmittel! Warum Lebensmittel? Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen! Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da! Danke! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020